In der Regionalliga West ist der aktuelle Tabellenstand. Sie liegen zwischen Ahlen und Strahlen und haben einen schon beträchtlichen Rückstand aufs rettende Ufer. Also das wird sehr, sehr schwierig, aber ich würde mich freuen, in welcher Liga auch immer. Liebe Wattenscheider, wenn ich irgendwann tatsächlich mal bei euch zu Gast sein und die legendäre Wurst kosten dürfte. Wir würden dich gerne hier in der Leidestadion einleihen. Der beste Bratwurst von Deutschland. Wir warten auf dich. Ja, sagen alle eigentlich. So, und jetzt haben wir ja Suleyman Sané gesehen. Es ist noch ein bisschen interessant, oder sehr interessant, ein bisschen über seinen Hintergrund zu erfahren, denn er war ursprünglich mal im Bäckerhandwerk tätig. Gelernt hat Suleyman Sané den Beruf eines Bäckers und Konditors. Und diesen Job hat er auch in seiner Soldatenseit bei der französischen Armee in Donauischingen ausgeübt. Dort ist er auch beim e.V. Donauischingen hängen geblieben. Und Quartier fand er bei der fußballbegeisterten Familie Jakob. Mutter Elisabeth. Ja, das ist der Samé. Also der kam daher. Da habe ich halt mal geschluckt, gell? Ich dachte, das wird auch gut gehen, gell? Ich habe nichts. Also ich bin keine Rassistin oder so. Da hätte der Graf Teufel kennengommen. Aber schon so und noch das Französische und da habe ich halt ein wenig gebrammelt. Aber wir haben uns gut verstanden. Schnell, gell, Samé. Wir haben mit den Fingern geschwätzt, wenn es mit der Mulle gegangen ist. Ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube, das war Senegalesisch. Und wir haben aber glücklicherweise einen Kollegen im Team, Ruben Krabbe. Der kommt auch von da. Und der spricht Senegalesisch. Und deswegen konnte er uns das Ganze untertiteln. Ja, das ist der Samé. Also der kam daher. Da habe ich halt mal geschluckt, gell? Ich dachte, das wird auch gut gehen, gell? Ich habe nichts. Also ich bin keine Rassistin oder so. Da hätte der Graf Teufel kennengommen. Aber schon so und noch das Französische und da habe ich halt ein wenig gebrammelt. Aber wir haben uns gut verstanden. Schnell, gell, Samé. Wir haben mit den Fingern geschwätzt, wenn es mit der Mulle gegangen ist. Wird schon irgendwie alles so richtig gewesen sein.